Hallo und herzlich willkommen meine Lieben hier im Studio wieder in Aarburg, aber noch in einer Studio-Baustelle. Seht ihr, wie das hier aussieht? Kein Problem. Mich freut es zumindest Ihnen wieder zu sagen, dass es wieder losgeht und der Norbert ist zurück, aber dazu an einer anderen Stelle mehr. Heute geht es mir Ihnen ein paar Informationen zu vermitteln, die wichtig zu wissen sind und natürlich auch Vorteile für Sie bringen. Sunhand, vielleicht sagt Ihnen dieser Name was? Ein toller Laden und ein tolles Team in Schöftland, die unter dem Namen Sunhand natürlich einen Shop betreiben, das heißt Reel 3D. Da können Sie hinfahren und die Produkte kaufen, aber Sie finden Sunhand natürlich auch online und haben dort einen großen Online-Shop. Warum rede ich da drüber? Warum? Mit dem Ende von Time2Do hat auch der Time2Do-Shop sein Ende gefunden, denn wenn es die entsprechende Fernsehsendung nicht mehr gibt, kann es auch natürlich auch den Shop dazu nicht mehr geben, weil wir wollen ja keine Dinge verkaufen, wir sind keine Händler. Das war eine reine Service-Nummer, die wir gemacht haben, weil viele Menschen einfach immer wieder angefragt haben. Das ist ähnlich bei einem Produkt gewesen und da musste ich ganz schnell eine Lösung finden. Warum? Weil immer wieder nachfragen kamen, ja, wo kriege ich das jetzt in der Schweiz? Dann haben wir es gelöst. Worum geht es? Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut meine Zuschauer sind. Ja, meine Lieben, die, die immer aufgepasst haben in meinen Sendungen, die wissen jetzt natürlich sofort, worum es geht. Das habe ich gerade aus der Steckdose aus unserem Studio rausgezogen. Was habe ich hier in der Hand? Den Home-Generator von Genesis Pro Live. Dann gibt es den Car-Generator, den habe ich wo? Natürlich im Auto und das Medaillon und einen Universal-Chip. Diese Produkte hatten wir im Time2Do-Shop. Wir haben mit Sunhand gesprochen und die waren so freundlich und so toll und haben mit dem Walter Rieske, dem Inhaber von Genesis Pro Live, einen Deal gemacht und haben jetzt in Schöftlan, im Laden können sie die Produkte von Genesis Pro Live bekommen, im Laden von Sunhand und da sind wir wieder zurück. Natürlich auch über die Website. Das nur nebenher. Wir reden da gleich nochmal drüber. Ich wollte es nur gleich anbringen, dass die Zuschauer von vornherein wissen, wow, es gibt eine neue Produktlinie bei Sunhand. Es ist keine Nahrungsergänzung, keine Pflegeprodukte. Nein, es ist etwas, um mich in die Ruhe und meine Mitte zu bringen, denn es harmonisiert alle elektromagnetischen und elektrostatischen Frequenzen. Und wie gesagt, in unserem Homeoffice, in dem Apartment, in der Wohnung der Bekannten, in überall, wo ich bin, sind solche Dinger drin. Und selbst wenn ich unterwegs bin und muss in Hotels übernachten, das Erste, was ich mache, wenn ich einchecke, zack, das Ding reinstecken, wenn ich abends in das Zimmer komme. Natürlich mache ich ja noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel das Zimmer reinigen, nicht mit Schubber und Besen und Staubsauger. Das haben die netten Damen dort schon gemacht. Nein, ich reinige das Zimmer energetisch natürlich, dann hinein und wenn ich dann am Abend da hineinkomme, dann schlafe ich wie in meinem Himmelbett. Aber so viel auch noch am Rande zu der Verbindung Genesis ProLife und Sunhand. Warum rede ich mit Ihnen über Sunhand? Auch da habe ich im letzten Jahr tolle Erfahrungen dürfen machen, wie sich dieses Team engagiert und was die für tolle Produkte mittlerweile haben und sie haben mir eine Lösung gebracht. Die Lösung geht dahin, dass ich das Thema habe, dass ich immer wieder Telefonate bekomme, wo die Menschen zu mir sagen, Mensch Norbert, jetzt bist du schon so lang auf dieser Welt und du hast nichts. Dir geht es gut, du schaust gut aus, du hast keine Schmerzen, du gehst nicht hin und klagst irgendwo, du bist nicht krank. Was machst du denn? Anders wie mir. Also nur zu Ihrer Information, ich bin gerade straight, ohne mein Leben zu verändern, durch die Corona-Zeit marschiert und wissen Sie warum? Weil mir noch das Wort Immunsystem geläufig ist und ich weiß, was ein intaktes Immunsystem kann. Dann bin ich natürlich hin und habe genau das gemacht. Ich habe nichts, 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 nichts und überall wo ich hinkam, mich habe untersuchen lassen, hat der Mediziner gesagt, Mensch Norbert, das ist ja sensationell, wie gut dein Immunsystem funktioniert. Und dann habe ich natürlich mich auch testen lassen auf Antikörper, weil das war mir viel sinnvoller, wie einfach mir eine Spritze geben zu lassen, wo kein Mensch weiß, was da drin ist und wie es funktioniert und was es für Nebenwirkungen hat. Also hat man plötzlich festgestellt, ja, den Virus hatte ich auch mir gefangen, aber da mein Immunsystem so stark war, hat es den weggepatscht und plötzlich hatte ich Antikörper und war genesen. Thema vom Tisch. So, wie habe ich das denn gemacht? Die Regie blendet mal die Webseite ein und dann zeige ich Ihnen mal, was da mein Zauberprodukt ist. Man höre und staune, der Preis darf ich mir zeigen, es wird ja als Werbesendung deklariert. D3 und K2 hatte ich früher als einzelne Tropfen. Und jetzt schauen Sie hin, wie cool die Nummer ist. Jetzt habe ich ein Produkt, wo das Vitamin D3 und K2, übrigens einer der häufigsten Mängel in unserem Leben ist Vitamin D-Mangel. Nur, D wird dann einfach so gesagt, die Menschen rennen wieder am Supermarktregal Abteilung Drogerie vorbei und nehmen den Sprudeltabletten für Magnesium, Kalzium und solchlichen Blödsinn, nehmen sie sich dann mittlerweile auch ein Vitamin D-Präparat. Dann sage ich, na herzlichen Glückwunsch. Dann ist ja alles gut. Dann stellen welche fest, dass es ihr Körper gar nicht aufnehmen kann. Und hier hat Sunhand mal wieder, wie ich die auch kenne, was ganz Cleveres gemacht. Sie haben sich natürlich mit schlauen Medizinern und Biochemikern unterhalten und haben ein Produkt auf den Markt gebracht, wo Vitamin D3 und K2 kombiniert ist mit einem ganz irren Verfahren. Warum denn plötzlich K2? Ich denke, die Menschen leiden unter einem Vitamin D-Mangel. Why? Tja, Wissen ist macht nichts. Wissen macht auch nichts. Die Verstoffwechselung. Sie erinnern sich, als ich das Thema, wie halte ich mein Hirn sauber? Kurkuma, Kokosfett, Brise Pfeffer. Da haben die alle geguckt, wieso Kurkuma macht es doch. Es braucht ein Transporteur und wenn Kurkuma ohne schwarzen Pfeffer eingenommen wird, braucht es viel, viel länger zum Verstoffwechseln und nur ein kleiner Anteil wird verstoffwechselt. Das gleiche Thema haben wir beim Vitamin D3. Der Mediziner hat mir gesagt, wer das ohne K2 einnimmt, wird nur ein Bruchteil dessen aufnehmen können. Und jetzt noch ein Tipp dazu. Bitte, liebe Zuschauer, Sonnenbrillen ist eigentlich die blödste Erfindung, die es gibt, außer beim Autofahren. Nutze ich es auch. Und warum sage ich das? Wie gesagt, ich weiß nicht, wozu die Schulen, die wir gerade haben, da sind, aber nicht den Kindern das zu vermitteln, was für ihr Leben wichtig wäre. Denn sonst würden Sie wissen, dass die Sonne, wenn sie in die Augen fällt, in die Augen, nicht auf die Haare und nicht wünscht wohin, Augen. Jetzt schauen wir uns an, unser Körper, was guckt raus, die Hände und der Kopf in der Masse, im Sommer vielleicht noch kurzärmlich und kurze Hosen. Aber im Prinzip ist zwischen 50 und 70 Prozent oder 80 unseres Körpers bedeckt. Also die Haut, die eh nur 25 Prozent aufnehmen kann von diesem Vitamin D3, von diesem Sonnenlicht, was da reflektiert. 75 Prozent nehmen Sie über die Augen auf. Und zwar Bio-Photonen, Licht-Photonen, Informationen. Und wenn ich dann höre, dass es Menschen gibt, die mir sagen, oh, muss aufpassen, die Sonne ist gefährlich. Sag ich, wie bitte? Wer hat diesen Schwachsinn verbreitet? Nur mal zu Ihrer Erklärung. Ich bin über 60 Jahre alt. Sehen Sie auf meinen Händen was? Nein, da sehen Sie nichts. Das, was man Altersflecken nennt. Sehen Sie in meinem Gesicht irgendwelche Flecken? Sehen Sie, dass ich gebückt und gebeugt daherkomme? Ich kann Ihnen auch noch ein paar andere Dinge von meiner Dynamik erzählen. Aber diese Leute fragen mich dann immer, ja, was machst du denn? Ja, was machst du denn? Dann sage ich, wenn wir mal anfangen mit gewirbeltem Wasser, das ist das A und B, dann werden wir irgendwann, werde ich einen Bericht mal machen, wie ich lebe. Zum Beispiel hier auf meinen Körper kommt only gewirbeltes Wasser. Jetzt gucken Sie auch, was, 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 was? Ja, da ist lauter Müll drin in dem, was Sie Wasser nennen. Und meinen Sie, das geht auf meinen Körper und meinen Sie, meine Haut soll das aufnehmen? Nein, soll sie nicht. Also, kommen wir wieder zurück zu unserem Thema. Wir müssen aufhören mit diesen Irrtümern, die uns durch Werbung und Medien, Konzern- und Firmenpolitik ins Ohr gedrellert werden und müssen anfangen, einer Logik zu folgen. Und das Jahr, wo ich mich jetzt rausgenommen hatte, also manchmal habe ich gedacht, ich bin eine Auskunftei. Bis zu zehnmal am Tag, meine Telefonnummer war natürlich bekannt und später hat mir sogar noch geroutet, klingelte mein Mobile und Norbert, du hast doch mal eine Sendung gemacht. Das war immer eine der Aussagen. Dann habe ich gesagt, ja, ja, nicht nur eine, viele. Deswegen nochmal zurück. Es geht darum, dass wir widerstandsfähig bleiben und wenn unser Körper an D3 und K2 den Mangel hat, das heißt das K2 zum Verstoffwechseln dazu, dann kann es nicht funktionieren und dann drihlen wir alle dahin. Ich nehme sieben Nahrungsergänzungen und die werde ich Ihnen in einem und weiteren Beiträgen vorstellen. Eine davon habe ich hier in meinen Händen, aber nicht nur. Das heißt, neben diesem Vitamin D3 und K2, das ist natürlich nicht alles, was der Body braucht. Was haben wir immer gehört? Warum sollen wir Orangen essen? Vitamin C ist gut fürs Immunsystem und für deine Abwehr, hat die Oma immer gesagt, die Oma hat recht, die Oma hat was gewusst und dann gibt es natürlich Ascorbinsäure. Wie gesagt, ich bin wieder im Supermarkt, meine schöne Regale mit allen bunten, tollen Plastikdingern da drauf und kann man nehmen. Ich nehme das nicht, weil ich keine Säure in meinem Körper tun will, obwohl das natürlich im Prinzip Vitamin C ist, aber nur auf einer anderen Basis. Was mache ich denn? Das andere Produkt habe ich da, Worum geht es, liebe Zuschauer? Es geht um das Vitamin C und auch da hat Sanhen richtig gute Arbeit gemacht, denn ich habe mir das alles angeschaut, Acerolapulver und Ascorbinsäure und das und die Pillen und jene Pillen. Das Beste. Kamu Kamu ist auch ganz rein, ist eine super Geschichte. Und wie gesagt, Sie können natürlich Ihr Geld nehmen und können sich Schmuck kaufen und eine goldene Uhr und ein Designer-Outfit und goldene Alufelge für mein Auto oder was auch immer. Werden Sie von mir keinen Satz dazu hören. Warum nicht? Der freie Wille des Menschen ist unantastbar. Habe ich gelernt. Erstes göttliches Prinzip. Also nur die, die wissen, wie toll es ist, wenn man in meinem Alter schmerzfrei und vollkommen fit und dynamisch noch durchs Leben gehen kann. Und wenn man in sein Pensionsalter dann hineingeht und es nicht im Pflegeheim verbringt, im Krankenhaus oder beim Therapeuten, sondern mit Lachen und Liebe in der Natur bei Freunden oder macht es wieder Norbert Sitz hin und macht Fernsehen. Ja, meine Lieben, darum geht es doch. Die neue Zeit, die auf uns zukommt. Eigene Verantwortung wahrnehmen, in dem Herzen sein und dann sich die Dinge angucken. Und warum habe ich das zehn Jahre gemacht? Ich habe alles getestet. Wir haben Gutachten, ich habe Labore, ich kenne mittlerweile Professoren. Ich kann Ihnen alles durch den Wolf drehen, was Sie auch nur wollen und kann Ihnen dann sagen, was funktioniert. Und die beiden funktionieren. D3 und K2 und KamuKamu. Und beides, meine Lieben, kriegen Sie wo? Auf der Website von Sunhand finden Sie die. Und zwar werden Sie meinen Beitrag ja auf Ihrem YouTube oder Vimeo-Kanal finden oder Sie kommen über die Social Networks oder über unsere Newsletter. Übrigens, melden Sie sich an bei der Newsletter. Gibt es immer geile Informationen, so im 14-Tage-Rhythmus ungefähr. Aber da würden Sie zum Beispiel jetzt die komplette Bestellinformation bekommen. Das heißt, Sie sehen beide Produkte. Sie sehen noch mal den Hinweis zu dieser Sendung. Und Sie haben sofort auf einen Klick, genauso wie im YouTube, auf einen Klick, sind Sie im Shop und können die Produkte und natürlich vieles andere Gute, was Sie haben. Sie haben Hautpflegeprodukte, Sie haben Ergänzungsmittel, Sie haben OPC, kennen wir ja auch. Robert Franz hat es damals in die Welt gebracht, dass wir das verstehen. Und da, liebe Zuschauer, ist es natürlich klasse, wenn ein Laden, deswegen empfehle ich Sunhand, alle Produkte zusammen hat und ich kann dort hingehen und Sie können nach Schöftland fahren. Wer es kennt, es ist im Aargau. Es ist, wenn Sie die Aarau-West runterfahren, dann sind es noch ein paar Kilometer und dann sind Sie im schönen Schöftland und dort finden Sie den Sunhand-Shop. Öffnungszeiten und alles finden Sie über die Webseite. Wir blenden ja unten auch noch mal die Kontaktdaten ein, Telefon und die Adressdaten finden Sie auch. Gehen Sie hin, besuchen Sie sie, sagen Sie einen schönen Gruß von mir. Sie haben die Sendung gesehen und würden gern Vitamin D3, K2 und Kamu-Kamu haben, dass Ihr Immunsystem fit bleibt, dass Sie entspannt durch den Winter gehen oder wollen Sie mit riefenden Nasen rumlaufen und mit Liebe im Bett liegen. Also ich will das nicht. Das bedeutet natürlich, dass wir uns fit halten und dazu gehört noch was. Liebevolle Gedanken. Seien Sie ja nicht in der Angst. Wissen Sie, Sie können davon sich in den Körper schieben, meine Lieben, was Sie wollen. Kilo weißer jeden Tag. Wenn hier und hier die Angst ist und wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Leben schlecht ist, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie der Einzige sind, dem es nicht gut geht, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie immer der Letzte in der Reihe sind. Das sind alles so Gedanken, die Sie nur runterziehen. Und die ziehen Sie runter auch, weil oft Ihre ganzen Systeme nur im Notfall- oder Überlebensmodus laufen. Ja, da staunen Sie, gell? Ist so, weiß ich. Ich hätte gerne, dass Sie sich wieder aufstellen. Ihr Herz und Ihre Seele, das sind die wichtigsten Punkte. Denken Sie keinen Müll. Denken Sie Dinge, die Sie mögen und wollen. Ich werde in Kürze auch hier in Ahrburg haben wir jetzt auch die Möglichkeit von Seminaren geschaffen für maximal 20 Leute. Dann kann ich mich mit den Menschen auch beschäftigen. Auch dies werden wir veröffentlichen. Und da hat mich Sanhen draufgebracht, weil immer wenn ich dort bin, wie toll die sind in den Informationen. Und der Wolfgang kann Sie auch mal durchmessen. Wenn Sie meinen, es wäre alles in Ordnung, dann hängen Sie sich mal an sein System und dann schauen Sie mal, was er für Daten rauskriegt und dann stellen Sie, ob alles in Ordnung ist. Und ich sage immer, nee, es gibt kaum noch jemand, wo alles in Ordnung ist. Und wer macht das denn wie ich? Dass er im Schnitt im 14-Tage-Rhythmus rufe ich meine Daten ab. Ich habe eine Vereinbarung mit meinem Körperwesen getroffen. Jetzt gucken auch wieder welche ganz komisch. Das erkläre ich auch nochmal, wenn Sie es wissen wollen. Immer wenn irgendwas nicht stimmt oder wenn ich in eine falsche Richtung gehe und merke es nicht, sage ich mal einseitige Ernährung, einseitige Belastung, Stressnummern, dann warne mich. Und er macht das mittlerweile perfekt. Plötzlich merke ich da, fühlt sich was komisch an, gehe ich hin. Dann lege ich meine Hand drauf und dann sage ich nach meinem Körper, wo ist denn das Problem? Was achte ich nicht oder wo mache ich was falsch? Vielleicht lachen ein paar von Ihnen. Ja, ich lache auch. Aber am Schluss, wenn der dann macht und ich dann da sitze und sage, ja, Bewegung gehört auch dazu. Tanzen können Sie auch in der Wohnung, wenn Sie sich nicht trauen, tanzen. Machen Sie Ihre Lieblingsmusik und tanzen Sie mal eine halbe Stunde, dass Sie außer Atem sind. Und ich schaue immer, bis zum vierten Stock gehe ich zu Fuß. Warum? Treppensteigen ist eine ganz tolle Geschichte. Hält Sie fit? Und wie gesagt, mir hat meiner gesagt, jede Treppe verlängert um eine Minute dein Leben. Ich schlafe jeden Tag viele Treppen, auch Studio ist im zweiten OG. Unser Apartment ist im zweiten oder sogar, glaube ich, im dritten OG. Ich weiß es gar nicht. Meine Bekannte wohnt im ersten OG und ich immer. Nix, Fahrstuhl, Treppe, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Warum? Ich sage es Ihnen, es ist ganz einfach. Ich will fit und gesund bleiben. Und in dem Moment freue ich mich, dass Sie das auch wollen und wir sehen uns wieder im Sunhandjob. Alles Liebe Ihnen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017